Ein Rathaus ist ein meist repräsentatives Gebäude und Verwaltungssitz der Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Es ist in der Regel Sitzungs- und Tagungsort des Gemeinde- oder Stadtrates. In den deutschen Stadtstaaten dient es auch als Sitz des Landesparlamentes. Geschichte Bereits im antiken Griechenland gab es Rathäuser, in denen der Rat zusammenkam. Das Bolötherien war jedoch nicht gleichzeitig der Ort für die Verwaltung, die im Prüternein untergebracht war. Im Mittelalter entwickelten sich die ersten Rathäuser, vor allem infolge der Verleihung des Stadtrechts, als Mehrzweckgebäude und bedeutsamster Professoranbau der Städte. Hier tagte der Magistrat oder Stadtrat, der sich meist aus zwölf Räten und Richtern aus einflussreichen Familien oder Patrizien zusammensetzte und deshalb auch Zwölfer genannt wurde. Den Zünften und Gilden war das Rathaus als Sitz des Rates vielerorts verschlossen, weshalb sie eigene Gebäude errichteten. Anspruch und Selbstverständnis der städtischen Elite spiegelte sich in der oft reichhaltigen architektonischen Ausgestaltung des Gebäudes wieder. Da viele Rathäuser aus der Verleihung von Stadt- und Marktrechten entstanden, wurde das Erdgeschoss sehr häufig als offene Markthalle gestaltet. Darüber fand sich mitunter eine weitere Markthalle, ein Tanzboden oder bereits der Rats- und Gerichtssaal, der in der Regel im obersten Vollgeschoss lag. Daneben wurden meist nur ein oder zwei Verwaltungsräume und eine Küche zur Bewirtung eingerichtet. Der Rathausturm beherbergte mancherorts die einzige öffentliche Uhr der Stadt. Im 19. Jahrhundert, nach der Wiedergewinnung der Gemeindeautonomie, wurde die Bauaufgabe des Rathauses wieder bedeutsam. Oft orientierte man sich dabei an der gotischen Formensprache der ersten Blütezeit der Rathäuser. Im 20. Jahrhundert sind eindrucksvolle Rathäuser unter anderem in Skandinavien entstanden, etwa Stockholms Stadtshus und das Rathaus von Oslo. Der Rathausbau wurde in der Regel im Zentrum der Städte errichtet und nach und nach erweitert. Im Zuge der Gemeindereform in den 1970er Jahren wurden in Deutschland viele Rathäuser heutiger Ortsteile anderen Verwendungen zugeführt. Bekannte Rathäuser Als Deutschlands ältestes Rathaus gilt der Vorgängerbau des Kölner Rathauses, dessen erster urkundlicher Nachweis aus der Schreinskarte von 1135 stammt. Höchstes Rathaus ist das neue Rathaus in Leipzig mit einem 114,5 Meter hohen Turm. Das über 110 Meter breite Gebäude wurde 1905 fertiggestellt und zählt mit fast 600 Räumen zu den größten Rathausbauten der Welt. In ganz Europa gibt es Rathäuser aus den verschiedensten Epochen und mit jeweils unterschiedlichen regionalen Einflüssen. Die Rathäuser waren als Aushängeschild der Städte auch Ausdruck einer örtlichen Identität. Als eines der prächtigsten Rathäuser seiner Zeit gilt das spätgotische Rathaus in Leuven in Belgien. Anstatt eines Rathausturms befinden sich an den beiden Giebelseiten je zwei Ecktürme und ein Turmmärker am Fürst. Rathaus Sachsen-Anhalt, 16. Jahrhundert Rathaus Bayern, 16. Jahrhundert Augsburger Rathaus Bayern, von 1615 bis 1624 erbaut, steht unter Kulturschutz. Rotes Rathaus Berlin, 19. Jahrhundert Rathaus Blies-Gastel, Saarland, 18. Jahrhundert, ursprünglich Waisenhaus. Altstädtisches Rathaus Bauwerk der Backsteingotik, 15. Jahrhundert Bremer Rathaus gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe der Menschheit. Coburger Rathaus Bayern, 15. Jahrhundert Rathaus Denkmal geschütztes Gebäude aus den 1950er Jahren Rathaus 18. Jahrhundert, ursprünglich Gerichtsgebäude Rathaus Baden-Württemberg Rathaus Bayern, Biedermeierzeit Baudenkmal Rathaus Hessen, gebaut 1719, ehemaliger Adelssitz Rathaus Bayern, Mitte 19. Jahrhundert Rathaus Hessen, Fachwerkhaus Römer Hessen, 15. Jahrhundert Rathaus 16. Jahrhundert Greer Rathaus Thüringen, 16. Jahrhundert Greifswalder Rathaus, Vorpommern, im 13. Jahrhundert Rathaus Bayern, Hamburger Rathaus, Sitz der Bürgerschaft und des Senats Rathaus Baden-Württemberg Rathaus Baden-Württemberg, Klassizismus, Anfang 19. Jahrhundert Rathaus Rheinland-Pfalz, ehemaliges Jesuitenkolleg, 17. Jahrhundert Rathaus Köln, Nordrhein-Westfalen, Vorgängerbau im 12. Jahrhundert erwähnt Rathaus Bayern, ursprünglich gotisch, 14. Jahrhundert Rathaus Nordrhein-Westfalen, ursprünglich 14. Jahrhundert Rathaus Schleswig-Holstein, spätromanisch, ursprünglich 13. Jahrhundert Rathaus Sachsen-Anhalt, 16. Jahrhundert Rathaus Bayern, Renaissance, 16. Jahrhundert Rathaus Bayern, spätgotisch, 15. Jahrhundert Rathaus Baden-Württemberg, 16. Jahrhundert Rathaus Baden-Württemberg, ehemaliger Herrensitz, 15. Jahrhundert Rathaus Bayern, Ende 16. Jahrhundert Rathaus Bayern, Mitte 18. Jahrhundert Altes Rathaus Brandenburg, Mitte 18. Jahrhundert Rostocker Rathaus Mecklenburg-Vorpommern, Backsteingotik, 13. Jahrhundert Schondorfer Rathaus Barock, 18. Jahrhundert Schweriner Rathaus Mecklenburg-Vorpommern, 1338 erstmals urkundlich erwähnt Rathaus St. Rathaus, Thüringen, Renaissance, 16. Jahrhundert Rathaus Baden-Württemberg, Frührenaissance, ursprünglich 14. Jahrhundert Rathaus Baden-Württemberg, ehemaliges Pfarrhaus Rathaus Baden-Württemberg, erbaut 1894 Rathaus mit der Bezeichnung Altes Rathaus bzw. Neues Rathaus gibt es in zahlreichen Städten Belgien Rathaus von Löwen, 15. Jahrhundert Antwerpen Stadt Hüß Dänemark Rathaus Frankreich Hotel Deville, Rathaus Großbritannien Giltal, 15. Jahrhundert Island Rathaus Italien-Altes Rathaus, seit 1455 bestehender alter Rathausbau Rathaus, 1907 ein geweihter neobarocker Bau Lichtenstein Rathaus Rathaus Anfang 20. Jahrhundert Norwegen Rathaus Oslo, 1950 Österreich Rathaus Rathaus, 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 Wiener Rathaus Rathäuser mit der Bezeichnung Neues Rathaus gibt es in Neues Rathaus Neues Rathaus Neues Rathaus Polen Rathaus, 13. Jahrhundert Rathaus Königshütte, ursprünglich 19. Jahrhundert Rathaus Gleiwitz, ursprünglich Ende des 13. Jahrhunderts Rathaus Opeln, Neorenaissance, 15. und 16. Jahrhundert Rathaus in Posen, 13. Jahrhundert Rathaus Großstrehlitz Rathaus Ravitsch, erbaut im späten 17. J.D. Rathaus in Stagat, 13. Jahrhundert Rechtsstädtisches Rathaus, dann zig 13. zum 14. Jahrhundert Schweden Stockholms Stadtzus, 1926 Schweiz Rathaus Aarau, Aargau Rathaus Aargau Rathaus Baselstadt Rathaus Bern Rathaus Aargau Rathaus Graubünden Rathaus St. Gallen Rathaus Schaffhausen Rathaus Winterthur Rathaus Aargau Rathaus Zürich Rathaus zum äußeren Stand Bern Tschechien Rathaus Ehemalige Rathaus Ehemalige Rathaus werden meist als altes Rathaus oder historisches Rathaus bezeichnet. Deutschlandhistorisches Rathaus anholt, Nordrhein-Westfalen Altes Rathaus, Nordrhein-Westfalen Altes Rathaus Bayern Historisches Rathaus Altes Rathaus, Nordrhein-Westfalen Historisches Rathaus Bocholt, Nordrhein-Westfalen Altes Rathaus, Baden-Württemberg Altes Rathaus, Rheinland-Pfalz Altes Rathaus, Nordrhein-Westfalen Historisches Rathaus, Hessen Altes Rathaus, Niedersachsen Altes Rathaus, Sachsen Historisches Rathaus, Rheinland-Pfalz Altes Rathaus, Rheinland-Pfalz Altes Rathaus, Nordrhein-Westfalen Altes Rathaus, Sachsen Rathaus, Sachsen Altes Rathaus, Niedersachsen Altes Rathaus, Nordrhein-Westfalen Altes Rathaus, Erwitte, Nordrhein-Westfalen Altes Rathaus, Bann-Württemberg Altes Rathaus, Bann-Württemberg Altes Rathaus, Niedersachsen Altes Rathaus, Niedersachsen Altes Rathaus, Niedersachsen Altes Rathaus Hattingen, Nordrhein-Westfalen Altes Rathaus Hessen Altes Rathaus Sachsen Altes Rathaus Bayern Altes Rathaus Rheinland-Pfalz Altes Rathaus Bahn Württemberg Altes Rathaus Bayern Altes Rathaus Bahn Württemberg Altes Rathaus Nordrhein-Westfalen Altes Rathaus Bahn Württemberg Altes Rathaus Bayern Altes Rathaus Sachsen Altes Rathaus Lüdenscheid, Nordrhein-Westfalen Altes Rathaus Bayern Historisches Rathaus Münster, Nordrhein-Westfalen Altes Rathaus Mecklenburg-Vorpommern Altes Rathaus Niedersachsen Altes Rathaus Brandenburg Altes Rathaus Bayern Altes Rathaus Mecklenburg-Vorpommern Altes Rathaus Baden-Württemberg Altes Rathaus Nordrhein-Westfalen Altes Rathaus Steinfurt, Nordrhein-Westfalen Altes Rathaus Baden-Württemberg Altes Rathaus Bayern Altes Rathaus Hessen Altes Rathaus Bayern Historisches Rathaus Wolgast, Mecklenburg-Vorpommern Altes Rathaus Sachsen-Anhalt Altes Rathaus Städtische Galerie für moderne Kunst, Wittlich, Rheinland-Pfalz Ehemaliges Rathaus Heißen Ehemaliges Rathaus Birkesdorf Ehemaliges Rathaus Kopitz Ehemaliges Rathaus Ehemaliges Rathaus Ehemaliges Rathaus Italien-Altes Rathaus, Rathaus von 1455 bis 1907 Österreich-Altes Rathaus Kärnten Altes Rathaus Oberösterreich Altes Rathaus Oberösterreich Altes Rathaus Österreich Kanada-Altes Rathaus Kanada Polen-Rechtsstädtisches Rathaus Danzig Rumänien-Altes Rathaus Kreis Brasov Altes Rathaus Kreis Tiemis Slowakei Altes Rathaus Slowakei Tschechien Altes Rathaus Tschechien Altes Rathaus Altes Rathaus Altes Rathaus Altes Rathaus Altes Rathaus Altes Rathaus Altes Rathaus